So, ich mache hier jetzt schon was. Speichern. Ich habe da ja bis dahin gespeichert. Ich finde dich schon. Da kommt eine Hilfe. Hier liegt einer. Seid vorsichtig. Mist. Selbstmord. Scheiße. Den hätte ich weg transportieren müssen. Die kommen ja dann auch her. Hier habe ich überhaupt keine Sonne. Ich finde dich. Was ist los? Hey, hörst du mich? Moment. Scheiße. Was war das? Wunderbar. Wo steckst du, Arschloch? Was ist das? Ja. Was ist das? Vielen Dank. Vielen Dank. Das ist ja mal richtig Pisse, ne? Die kommt von hier irgendwie. Ach, da hinten ist der Urfahrer. Okay, wo ist der Arsch? Ach, da hinten ist der Urfahrer. Oh ja. Also viel verteilen könnt ihr euch nicht mehr, ihr seht nämlich immer weniger. Wie kommen die hier denn immer her? Da. Kuckuck. 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 Dann wieder einer. Der kommt jetzt glaube ich her. Kuckuck. 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 Der nächste. Schüllen alle nacheinander. Die, 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 die. Du hast mich ein bisschen gesehen, jetzt kannst du doch mal rüber. Komm mal rüber hier. Ja. Wenn ich richtig gucke, sind das glaube ich erst noch zwei Leute. Die anderen habe ich alle platt gemacht. Schüllen alles in die Nile. Schüllen alle nacheinander. Ich kann mich doch gar nicht sehen. Hihi. Familie, Baby. Wie oft kannst du mich nämlich nicht treffen. Die Sacken hat. Und noch einer. So. Den haben wir auch. Nice. Alle erledigt. Endlich. So. Darüber runter springen. Jawoll. So. Und den Haken werfen. Und rüber. Und noch mal. Oder da oben ran. Ruhig. Nein. Das war knapp. Okay. Okay. Wow. Was für eine Aktion hier. Schätze mal darüber. Verdammt. Oh. Du kannst nicht gewinnen. Schieß wohl. Oh. Und auch noch einer mit. Oh. Und auch noch einer mit. Boah, das war knapp. Was für eine Aktion hier. So, meine Lieben, das sollte auch reichen für das Erste. Beim nächsten Mal geht es spannend weiter. Ich bedanke mich bei euch für das freundliche Zuschauen. Wow, 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 wow. Geh runter hier. Geh runter. Oh, ja. Oh, ja, 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 ja. Boah, alles voll hier. Geh runter, geh doch. Tug dich. Huh, krasse Aktion. Da hinten sind die Flönen. Da, den müssen wir auch noch. Krass, krass, krass. Such dich doch. Nein, runter, runter, runter. Dort bist du gleich weg vom Fenster. Wow. Oh, krasse, enge Aktion hier. Geh runter, runter. Nein. Du sollst runtergehen. Der duckt sich nicht. Die kriegen wir auch noch, ja. Denn es ist endlich Ruhe im Karton. Mein Gott, ist der hartnäckig. Jetzt haben wir ihn. Wuhu, wuhu, wuhu. Das ist Munition. Munition. Da ist noch einer. Okay, wir machen die noch... Wir machen die noch erst platt. Und dann machen wir Ende hier. Hier haben wir endlich mal ein bisschen Schutz. Da oben, von da oben, ist auch noch einer. Okay. Oh ja. So, jetzt haben wir... Den haben wir. Bist du noch einer da sein? Shit. Wo ist die Ratte, die hier immer die... Granaten wirft? Da hinten ist er. Okay. Nein, nein, nein. So, den haben wir auch. Das sind aber noch mehr. Die Musik ist noch nicht zu Ende. Oder? Doch. Jetzt haben wir es. Bisschen Musik ist noch. Na? Ich trau den Braten noch nicht so ganz. Was für eine Aktion hier. Jawohl. Jetzt nehmen wir uns erstmal eine anständige Wumme mit hier. Boah. Krass. Ja, wobei... Das ist jetzt mit Fernrohr. Ich weiß jetzt gar nicht. Eigentlich finde ich die besser. Mit Zielfernrohr. Was haben wir hier noch? Das nehmen wir auch mit. So, mein Lieben. Aber jetzt. Ich bedanke mich für das freundliche Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und tschau. Oh. Oh.